Dieses Video ist für alle Eltern, die verzweifelt versuchen für ihren Nachwuchs, die Batterien in diesem Tiptoe-Stift zu wechseln. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Ausprobiert. Eins vorweg, ihr seid nicht alleine, mir ging es exakt genauso. Das hier war ein Geschenk, wir wollten loslegen und plötzlich stand diese Herausforderung vor uns. Wie schaffen wir es, die Batterien in diesen Tiptoe-Stift hinein zu bekommen? Wie schaffen wir es, die Batterien zu wechseln? Eins vorweg, auch wenn man am Anfang wie der Ochs vorm Berg steht, es geht relativ einfach, wenn man den Kniff raus hat. Was ihr braucht, ist ein schmaler, kurzer, spitzer Gegenstand, vielleicht ein Zahnstocher, vielleicht ein Schaschlägespieß oder vielleicht hier so ein 2,5 mm dicker Inbusschlüssel. Noch kleiner, noch besser. Und dann gucken wir uns diesen Stift von vorne an. Wir haben hier oben den An- und Ausschalter und drunter, das ist der Punkt, wo wir ansetzen wollen mit unserem spitzen Gegenstand. Wir drücken da rein und während wir da reindrücken, ziehen wir diesen weißen Inneneinsatz nach oben weg. Also wir zeigen das Ganze Schritt für Schritt. Wir drücken rein und dann ziehen wir das Ganze nach oben ab. Und jetzt haben wir das Batteriefach und wir können die Batterien wechseln oder erstmalig reinsetzen. Das war es dann auch schon. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, Kommentarfunktion unterhalb des Videos und ansonsten ausprobiert, abonnieren, Glocke aktivieren, nichts mehr verpassen. Würde mich freuen, euch wiederzusehen. Bis dahin. Tschüss und Servus. Hey, pssst, absoluter Geheimtipp. Dieses Video hier solltest du dir unbedingt auch noch reinziehen, weil der YouTube-Algorithmus am besten weiß, was gut für dich ist. Und wenn du ausprobiert immer noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Hier auf das dicke Logo klicken, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen. Hier auf das dicke Logo klicken, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen. Hier auf das dicke Logo klicken, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen.